Hallo meine Lieben, heute zeige ich euch eine Zimtstern-Torte. Ich habe in die Infobox die Zutaten geschrieben für sowohl eine runde Backform als auch eine eckige Backform mit den Maßen dazu. Dann könnt ihr euch aussuchen, welche Größe ihr anfertigen wollt, ob für mehrere Personen oder ja für ein paar weniger. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Die Zutaten wie gesagt stehen ja in der Infobox. Die Eier werden getrennt. Jetzt packt ihr Eiweiße, Salz, den Zucker bzw. einen Teil des Zuckers für die runde Form 150 Gramm, für die große Form 225 Gramm zunächst in den Mixtopf hatte ich erwähnt die Eiweiße, Salz, den Zucker genau. Jetzt wird das ganze steif geschlagen und zwar mit dem Rühraufsatz natürlich, also mit dem Butterfly. Zwei Minuten lang, 37 Grad, Stufe 4. Dann habt ihr praktisch ja einen wunderbaren Eischnee. Jetzt kommen die Eigelbe dazu und die werden dann wirklich, und das ist ganz wichtig, für zehn Minuten auf Stufe 4 untergerührt. Ihr könnt das Ganze natürlich auch mit dem Handrührgerät machen. Wichtig ist nur, dass dieser Biskuitboden tatsächlich acht bis zehn Minuten geschlagen wird und das ist natürlich ein bisschen angenehmer im Thermomix oder in der Küchenmaschine und unter Einwirkung von Wärme wird das Eiweiß natürlich besonders schön im Schritt davor. Jetzt kommt das Mehl drunter und hierbei ist wichtig, Mehl wird immer nur kurz untergerührt. In diesem Fall vier Sekunden auf Stufe 3 oder mit dem Handrührgerät einfach ganz kurz und danach noch mit dem Teigschaber oder Rührlöffel um die letzten Mehlnester zu entfernen und unterzurühren. In der Zeit solltet ihr auch den Ofen schon auf 200 Grad vorgeheizt haben und in eure Springform, ob groß oder klein, Backpapier ausgelegt haben. Wichtig ist, dass ihr, wenn ihr Backpapier einlegt, die Ränder der Form nicht fettet, damit der Biskuit schön hoch wandert und nicht abrutscht durch das gefettete. Hier wird jetzt der Butterfly, also der Rühraufsatz entfernt, alles schön abgestriffen und man sieht auch, wie voluminös jetzt der Teig für den Biskuit nach diesen ganzen Minuten tatsächlich geworden ist. Hier rühre ich nochmal die letzten Mehlklumpen drunter. Dann jetzt in diesem Fall habe ich seine eckigen Formen gemacht. Wie gesagt Backpapier und dann schön einstreichen. Nicht zu sehr hin und her streichen oder rühren, damit die Luftigkeit nicht wieder herausgenommen wird. Schön glatt streichen und dann in den Ofen. Ja ungefähr 20 Minuten. Er darf ruhig ein bisschen angebräunt sein. Dann entfernt ihr den Rand, egal jetzt von welcher Backform. Es bezieht sich jetzt immer auf die entweder runde oder rechteckige Form. Und dann solltet ihr diesen Boden zweimal durchteilen, damit ihr dann tatsächlich drei Böden habt. Wenn es ein bisschen bröselt am oberen Boden, weil er ja wie ihr seht ein bisschen einsinkt, wieder ist es nicht schlimm. Man kann mit dem Teig nachher stückeln. Das wird ja eh eine Geschichte der Torte. Da merkt nachher keiner, dass ein Boden nicht ganz durchgängig ist. In diesem Fall jetzt durchsägen, dann mit dem Tortenretter rein. Also den untersten Boden dann wieder in die abgewaschene Form packen und dann bestreicht ihr das Ganze entweder mit einer Marmelade eurer Wahl oder mit Preiselbeeren. Passt jetzt auch sehr gut zur Weihnachtszeit. Ich habe zwei verschiedene Sorten Marmelade verwendet. Jetzt verstreicht ihr das Ganze schön. Lasst aber bitte einen Rand von ungefähr einem Zentimeter. Nachher wird die ganze Torte noch mit Sahne eingekleidet und das sieht nicht so schön aus, wenn die Marmelade jetzt die Sahne dann rosa machen würde. Deswegen lassen wir so einen kleinen Rand. Genau. Kann man ja ganz gut sehen. So. Jetzt werden noch die Zimtsterne, die also für die Füllung sind, zerbröselt. Ihr habt euch ja so ein paar zur Seite gelegt. Das steht ja auch im Rezept für die Verzierung. So sind sie jetzt grob zerbröselt. Auch nicht feiner zerbröseln. Man soll sie nachher noch so ein bisschen in der Masse merken. Die Sahne wird jetzt steif geschlagen. Ich habe auch ein Rezept, wie man im Thermomix gut Sahne schlagen kann auf meinem YouTube-Kanal. Ihr könnt es natürlich auch mit dem Handrührgerät machen. Das ist ja ganz klar. Die Zimtsterne werden jetzt vermengt in dieser Sahnemasse. Die Sahne natürlich mit festiger Schmand und Zucker steif schlagen. Steht ja auch im Rezept. Wenn die Zimtbrösel untergehoben sind, werden sie jetzt auf der Marmelade oder den Preiselbeeren verstrichen. Jetzt kommt der zweite Boden drauf und dann die zweite Sorte Marmelade oder die gleiche. Das ist egal. Auch schön glatt streichen. Jetzt kommt die restliche Sahne mit den Zimtbröseln drauf und zum Schluss gebt ihr den dritten Boden dann drauf. Drückt das Ganze so ein bisschen flach. Das Verstreichen müsst ihr auch so ein bisschen vorsichtig machen, damit sich das nicht so ganz, aber es lässt sich auch nicht ganz verhindern, dass es nicht so rosa durchzogen ist. Nachher sieht es aber auch wiederum niemand, weil da ja noch der Boden drauf kommt. So, das Ganze geht jetzt für zwei Stunden in den Kühlschrank. Jetzt verknetet ihr das Marzipan, den Marzipan, das Marzipan, Gott, mit dem Puderzucker. Und für die runde Form müsst ihr natürlich dann 26 cm Durchmesser ausrollen und dann in Tortenstücke am besten schon teilen und auflegen, nachdem ihr dann die oberste, also ihr habt das ja aus dem Kühlschrank genommen jetzt mit dem obersten Boden. Das wird jetzt nochmal mit Sahne eingestrichen und dann macht ihr entweder so wie ich hier, stecht ihr Sterne aus oder verziert das wie ihr mögt und dann auch mit den restlichen Zimtsternen. Oder aber bei der runden Form ist ganz süß, seht ihr auf dem letzten Foto auch, da kann man so diese Dreiecke auflegen und so ein bisschen aufrollen. Das hat dann ja einfach so was Edles. Die Mandeln werden dann noch geröstet und an die Seite angedrückt, auch bei der runden Form, also alles immer genau so. Vorher natürlich mit der restlichen Sahne einstreichen oder mit der Sahne einstreichen. Ihr könnt auch noch Sahnetufts drauflegen. Und ich habe hier Backpapierstreifen genommen, damit ich nachher auch die Form wieder rumpacken konnte und den Deckel auflegen. Das ist bei dieser Form ja ganz gut, damit die Mandeln nicht wieder abgehen. Also einfach Streifen aus Backpapier machen. Bei einer runden Form, wenn man die transportiert, hat man ja nicht unbedingt einen Ring, den man umlegen muss, sondern so einen großen Träger. Ja und hier seht ihr dann die gerösteten Mandeln, wie die angedrückt sind an die Sahne. Und ja, das war's dann. Ob rund, ob eckig. Guten Appetit! Guten Appetit! Untertitelung des ZDF, 2020